Düsteres Watt von Sabine Weiß Es liest Brigitte Carlsen Prolog Langsam säbelte das Messer durch die Kruste. Das Fleisch war innen blutig, wie es ihm gefiel. Er spülte den Bissen mit dem exquisiten Rotwein herunter und zündete sich eine Zigarre an. Nur das Spiel der Wellen, das Knacken der Holzkohle und das Knistern des Tabaks waren noch zu hören. Für den weiten Sylter Sternenhimmel hatte er keinen Blick. Während er rauchte, überschlug er, wie viele Micromords ihn diese Mahlzeit kosten würde. Zu seiner Irritation hatte er feststellen müssen, dass die wenigsten den Begriff Micromord kannten. Dabei beschrieb diese Maßeinheit für den Tod die Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million, dass man stirbt. Seiner Ansicht nach sollte sich jeder klarmachen, wo er auf der Lebensskala stand. Während er tief den Rauch einsog, hing er dieser Haltung nach. Arbeitete nicht jeder mit seinen Handlungen auf das eigene Sterben hin? Oder aber man plante das Sterben anderer? So wie er. Gedanken verloren wog er das Messer in der Hand. Er hatte heute durch den Tabakkonsum seine Lebenserwartung um eine Dreiviertelstunde verkürzt. Der halbe Liter Wein schlug mit einem weiteren Micromord zu Buche. Dazu kam seine Vorliebe für scharf auf Holzkohle geröstete Steaks, die ihn ebenfalls nicht unerheblich dem Tod näher brachte. Es gab natürlich höhere Risiken. Sieben Micromords für einen Marathonlauf, 170 für einen Kaiserschnitt oder am Ende der Skala eine Todeswahrscheinlichkeit von 35.000 Micromords für die Besteigung des Mount Everest. Sein Handy klingelte, aber er war noch nicht bereit. Alles musste seine Ordnung haben. Sorgfältig wischte er Blut, Fett und Fleischfasern von der Schneide des Messers ab. Die Menschen waren dumm, unfähig, die Risiken richtig abzuschätzen. Statistisch gesehen war Pizza gefährlicher als Terror. Autofahren lebensverkürzender als Fliegen. Es war genau genommen 17.600 Mal wahrscheinlicher, einen Herzinfarkt zu erleiden, als bei einem Terroranschlag zu sterben. Mehr Menschen verreckten daran, dass sie an einem Kugelschreiber herumnuckelten, zwischen 100 und 300 im Jahr allein in Deutschland, als an Haiangriffen, die nur zwölf Tote weltweit ausmachten. Die Risiken abzuwägen, das war die Kunst. Auf der Haben-Seite seiner persönlichen Bilanz standen heute zwei Micro-Life, weil er sich durch sein Sportprogramm gequält hatte. Durch das Essen von Obst und Gemüse hatte er sein Leben um zwei weitere Stunden verlängert. Er erhob sich. Endlich bereit. Statistisch gesehen hatte der Mann, dem er gleich das Leben nehmen würde, noch 33,9 Jahre vor sich. Doch was zählte schon Statistik, wenn harte Fakten dagegen standen? Eine Lebensspanne war eine simple Kosten-Nutzen-Rechnung. Und er würde immer auf der Gewinnerseite stehen. Deshalb dachte er jetzt auch nicht an Mord, sondern an Micro-Life. Und an Geld. Listland, Sylt, 3. August, 18.08. Er wusch sich das Blut ab, ließ das reinigende Wasser über seine Haut rinnen. Ganz ruhig war er. Was er getan hatte, war unvermeidbar gewesen. Kritisch kontrollierte er im Spiegel seinen Haarschnitt und die Rasur, für die er vorhin den Barbier seines Vertrauens aufgesucht hatte. Im Nacken war der Cut einen Millimeter zu lang. Als er aus dem Bad trat, ließ das sattgelbe Sonnenlicht die Staubpartikel auf seinem Designerschreibtisch und der gläsernen Vitrine mit seinen Gadgets hell aufscheinen. Verärgert machte er sich eine Notiz. Er gab doch nicht Unsummen für seine technischen Liebhabereien aus, um sie verstauben zu lassen. Anschließend speicherte er die Sicherungskopie und klappte das MacBook zu. Alles war bestens vorbereitet, wie es sich gehörte. Vom Fenster aus blickte er über die Dünen. Fackeln und blühende Friesenwelle umgaben das Grundstück. Rosafarbene, blaue und weiße Hortensien, lila Heidekraut, Duftrosen und Lavendel. Auf dem Rasen luden Sitzlandschaften zum Verweilen ein. Der Gartenpavillon war ansprechend dekoriert, samt der Feuerschale aus Edelstahl, eines Einzelstücks aus schwedischer Manufaktur. Ein perfekter Abend auf einer perfekten Insel. Es war eine ausgezeichnete Idee gewesen, ebenfalls ein Krebsfest zu veranstalten. In Schweden hatte dieses Event schon lange Tradition und auch von der Sylter Society wurde bereits seit Jahrzehnten ein Krebsfest in Kampen gefeiert. Aber natürlich hatten die Gastgeber darauf kein Monopol, denn auch ihre Gäste rissen sich um die Einladung. Und gerade, um Geschäftspartner, Politiker oder Damen für sich einzunehmen, eignete sich dieses von Völlerei, Champagner und Aquavit geprägte Spektakel ausgezeichnet. Seine Verwandtschaft liebte derartige Festivitäten ohnehin. Der Adel feierte gern, von Steifheit keine Spur. Dieses Mal war er jedoch angespannt. Die wirtschaftlichen Turbulenzen hatten vielen zu schaffen gemacht, auch ihnen. Deshalb durfte nichts schiefgehen. Das heutige Krebsfest war in vielfacher Hinsicht ein Ritt auf der Rasierklinge. Seine persönlichen Vorbereitungen nahmen einige Zeit in Anspruch, doch irgendwann trieb das satte Röhren eines Lotus Elise, gefolgt von dem Wummern eines Aston Martin Valkyrie, ihn zur Eile an. Es gab nicht viele Orte, an denen man die Gäste anhand des Motorsounds ihrer Autos erkennen konnte. Aber Sylt nannte man nicht umsonst das deutsche Long Island. Oder bezeichnete man die Hamptons, das Mecca der New Yorker Milliardäre, als amerikanisches Sylt. Letztlich war das belanglos. Diese Etikettierungen waren etwas für Armleuchter, Leute, die es nötig hatten, nicht für ihn. In seinem Ankleidezimmer hingen der maßgeschneiderte Anzug und das Hemd mit fliederfarbenem Besatz am Krageninnensteg sowie den Innenmanschetten bereit. Während er die Ringe überstreifte, rief er auf dem großen LED-Bildschirm die Aufnahmen der Überwachungskameras auf. Die Luxuswagen auf der Auffahrt, Gäste in eleganter Sommercoutur, im Entree Kellner mit Willkommensdrinks, vereinzelt Personenschützer. Im Vestibül waren die Tische festlich eingedeckt, Blumenbouquets überall. Er schaltete ins Büro, in Küche- und Hauswirtschaftsräume, in denen es von Personal nur so wimmelte, in die Schlafzimmer und Kinderzimmer. Die Aufnahmen hatten ihm schon so manchen Vorteil eingebracht. Nicht, dass er das nötig hätte, aber Kontrolle war wichtig und verschaffte ihm Befriedigung. Geschirrklappern, Gelächter, das Klirren von Champagnergläsern beim Zuprosten. Eine nervtötende Geräuschkulisse, die er heute jedoch ertragen würde. Immerhin geben die Krebse keine Schmerzensschreie von sich, wenn man sie ins kochende Wasser wirft, dachte er. Da man pro Person zwölf bis fünfzehn Krebse rechnete, würde die Villa ansonsten von einem tausendfachen Schrei erschüttert werden. Seltsamerweise amüsierte ihn die Vorstellung. Kaum konnte er sich von den Bildern losreißen, er liebte es, die anderen zu steuern, ohne dass sie es merkten. Noch mehr liebte er es, wenn sie sich seinem Willen fügen mussten. Doch was war das? Heiße Wut schoss durch seine Adern. Wer das getan hatte, musste zur Rechenschaft gezogen werden, und zwar aufs Strengste. Die Wanderdünen wirkten in den nächtlichen Schatten wie verwunschen. Wenig erstaunlich, dass diese Landschaft mit diversen Sagen und Märchen verwoben ist, schoss ihr durch den Kopf, während ihr Auto über die Landstraße raste. Geschichten von Hexentanzplätzen und Teufelsbeschwörungen rankten sich um diese Dünen. Ein mulmiges Gefühl ergriff sie, als sie den Wagen am Fahrbahnrand abstellte und ausstieg. Wo sich sonst Autokolannen an Fahrradfahrern vorbeischoben, um die Urwüchsigkeit von Listland zu erobern, herrschte jetzt absolute Leere. Glücklicherweise würde die Dämmerung bald die unheimlichen Schatten vertreiben. Leise drang das Grollen des Meeres zu ihr. Kaum Wind. Die salzgeschwängerte, kühle Luft war eine Wohltat, nachdem in den letzten Tagen ein Temperaturrekord den anderen gerissen hatte. Und ein Ende der Hitzewelle war noch nicht abzusehen, das hatte sie auf dem Wetterradar gesehen. Das war aber nicht der Grund, warum sie den Schutz der Nacht gesucht hatte. Sie holte den viereckigen Rucksack aus dem Kofferraum, setzte ihn auf und marschierte auf die Wanderdünen zu. Das Schild mit der Aufschrift Betreten verboten, das gesamte Dünengebiet ist Naturschutz, die Trampelpfade sind nur für die vierbeinigen Schafe, ignorierte sie. Sie war kein Schaf, weder mit zwei noch mit vier Beinen, sondern ein Mensch mit einem Ziel. Es war weiter, als sie gedacht hatte. Weich umrieselte der Sand jeden Schritt, als sie die erste Düne erklomm. Sie ging zügig, geriet außer Atem. Schweißtropfen rannen über ihren Rücken.